happy birthday to you herzlichen glückwunsch für alle die heute gewusst haben und herzlich willkommen bei red or campbell ich bin heute wieder mech arena ich werde jetzt ja wettbewerb gibt es noch nicht erst in drei stunden habe ich auf arbeit ich will ich würde mal sagen alle drei runden einmal schnelles mitspielen also einmal kontrollpunkt 55 und 2 gegen 2 viel spaß so wir fangen an von links nach rechts erst mal mit dem dazu noch nie lass mich hier durch ja gut ich war mit denen jetzt hier die ganze zeit oh da kommt einer durchgeflitzt so 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 Das war's. We have taken the lead. Noob identified. Jawoll. Okay, dann, Isa. Nein, nicht getroffen, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ach ja. Komm, jetzt aber. Getroffen, ja. Zup, tup, 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 tup. Hmm. Ja. Killing Spree. Well done, Humiliation. Well done, Ghost. Well done. Eigentlich müsste ich einen anderen Mech hier zu nehmen, weil mit denen komme ich irgendwie nicht vorwärts. Aber, egal. Ich möchte mit den Schaden machen, damit ich meine Angelegen festfällig kriege. Jawoll. Ich lerne diese Beglein. Ich weiß, Het wäre dein Finish. Wachen wir zählen für mich. Ne, ich bin wieder nicht. Se, se, se. Ach, das haben wir verloren. Vielleicht können wir noch ein bisschen Schal machen hier. Ne, nicht mehr. Schade. Oh, ich hab trotzdem ein bisschen Spieler. Ja, mach hin. Eine Kölnmitte. Ich brauch zwei aber. Hm. Ich hab keine Minuspunkte gekriegt. Das andere war alles wahrscheinlich KI. Und das war der Gegenspieler bestimmt dann. Ja, egal. So. Geht's jetzt mal weiter. Zweite Runde. 5 gegen 5. Viel Spaß. Okay. Und die nächste Runde geht los. 5 gegen 5. Wie gesagt. Und ich starte jetzt mit Inia. 1. Go. Let's get things started. 2. 1. 5. 6. 5. 6. Ah. Kein Schuss mehr. So ein Mist. So, let's go. Yeah. Okay, ich geh zum Nix-Mash. Jungernot mit meinem Strahl. Einmal mit dem Bienenstrahl und einmal mit Thermolans. Ja, ich geh zum Nix-Mash. 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 Ha ha ha. Boom! Ha ha ha! So. Den fern aus Schnauier! Zack! 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 Komm her. Und? Jawoll, ja. Uuuu. You have won the match. Nicey, geicey. Shit. Gewonnen. Okay. Ach, eine Goldmedaille. Da habe ich ja die Quest jetzt auch fertig. Schön. Zwei Goldmedaille in zwei Spiele. Und einmal gewonnen. Alle Daily Queste fertig für heute. Das ist gut. Das ist schön. Da freue ich mich. Deswegen kommt gleich 2 gegen 2. Viel Spaß. Okay. Zwei gegen zwei geht los. Und wir machen jetzt weiter mit... Ich glaube Slim Shot ist es. Genau. Slim Shot. Mmh... Two... ...one... Go. Let's get things started. Okay. Okay. die einzigen dailyqueste die ich noch habe sind halt pilotenqueste die hab ich noch nicht alle fertig das ist zack 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 Ah, dein Nebengeschossen. Ah, nicht erwischt. So, jetzt hab ich alle einmal gespielt. Hm, die erste Runde ging an dich. Okay, das war's. Okay. Ah, die Runde war echt neu auffällig. Schade, nur eine Runde gewonnen. Das ist ein bisschen lecker. Was ist das? aber warum ist das so lecky? zweimal gewonnen, zweimal verloren was soll's, was soll's, alles gut, alles gut zweimal gewonnen, zweimal verloren, einmal gewonnen, zweimal verloren hab ich gerade zweimal gewonnen gesagt mein Kopf schläft noch gut, dann würde ich mal sagen und das war's für heute, ich sage dann mal erstmal Belohnung noch einsammeln ok, ok, schön gemacht ok, dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr bei dir dabei seid bis dann mit euch, viel spaß und auf Wiedersehen, tschüss bis dann mit euch, guck mal, g сравnieren bei mir, bei mir, bei mir und gleich taco am neuer ich freue mich nochmal auf mir, bis dann äh, bei mir, bei mir und. Untertitelung des ZDF für funk, 2017